In den Autokursus der türkischen Fußballanhänger zum erfolgreichen Einzug in das EM8-Final kam es in Berlin-Neukölln zu einem folgenschweren Unfall mit Fahrerflucht. Ein deutlich zu schnell fahrender Mercedes mit feinen Fans erfasste mit hoher Geschwindigkeit einen Fußgänger. Das Opfer flog durch die Luft und prallte heftig auf dem Asphalt auf. Der Unfallfahrer flüchtete in einem anderen Fahrzeug. Das Unfallopfer wurde von Passanten versorgt, doch Rettungskräfte konnten anschließend nur noch den Tod feststellen. Der Unfallverursacher stellte sich inzwischen bei der Polizei und er kam in Gewahrsam. Bei dem Mercedes handelt es sich um einen Mietwagen. Bei mir im Studio ist Benjamin Jendro, der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei hier in Berlin. Herr Jendro, erst mal guten Morgen, schön, dass Sie zu mir gekommen sind. Wie müssen wir diesen Fall einordnen? Diese Autokursus, die gehören in Berlin ja einfach dazu. Schon seit Jahrzehnten, wenn die Türken gewinnen, aber auch wenn die Deutschen gewinnen, sieht man es immer wieder auf dem Kudamm in Neukölln, diese wahnsinnigen Autokursus. Jetzt aber dieser folgenschwere Unfall. Schönen guten Morgen erst mal. Ich möchte erst mal den Angehörigen des Verstorbenen da mein Beileid ausrichten. Ja, das ist wirklich auf brutale Weise da aus dem Leben gerissen worden. Wir müssen, glaube ich, jetzt ein bisschen auch aufpassen, was packen wir alles in den Kontext der Europameisterschaft. Das ist so, dass die türkische Mannschaft sich gestern durchgesetzt hat, ins Achtelfinale eingezogen ist, dann auch Leute gefeiert haben. Da ist im Übrigen auch Pyrotechnik und Flaschen sind wieder auf unsere Kollegen geworfen worden. Also denen wünsche ich ja auch alles Gute, diejenigen, die verletzt wurden. Und dann ist es zu diesem folgenschweren Unfall gekommen. Natürlich sind, wenn die türkische Mannschaft spielt, auf der Hermannstraße dann viele Menschen auf der Straße. Aber ob es jetzt wirklich in dem Kontext des Autokursus passiert ist, entdeckt sich momentan nicht mit unseren Erkenntnissen, aber es sind auch laufende Ermittlungen. Es ist ein Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit, wohl auch an einem Autokursus vorbeigefahren, rücksichtsloses Verkehrsverhalten und am Ende des Tages oder am Ende der Nacht steht ein Mensch, der sein Leben verloren hat. Letztendlich aber diese Autokursus, und ich habe es ja gesagt, die gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Also man kann es ja nicht eindämmen. Es ist ja auch die Freude der Menschen auf den Straßen. Also wenn sie jetzt, die Autokursus, die ich kenne, die sind ja eigentlich immer relativ zivil, in Anführungsstrichen. Die fahren langsam durch, die sitzen da aus den Fenstern raus. Nach der Straßenverkehrsordnung ist das alles nicht erlaubt, klar. Aber da drückt die Polizei im Prinzip ja auch ein Auge zu. Also man kann es auch nicht eindämmen, oder? Man sieht erstmal, ein Autokursus ist natürlich immer gefährlich, weil wenn sich Verkehrsteilnehmer jetzt nicht so verhalten, wie es man im Verkehr tun sollte, dann ist es immer auch eine Gefahr für Menschen. Aber wir müssen jetzt vorsichtig sein, ob dieser Unfall wirklich im Kontext zu dem Autokursus zu sehen ist. Oder ob hier einfach eine Person mit seinem PS-Bullin, ich glaube, das ist eine AMG, das heißt, wir reden über über 500 PS, weil das hier als Waffe benutzt hat und gar nicht so direkt was mit dem Autokursus zu tun hat. Deswegen sollte man da vorsichtig sein. Aber jeder, der an so einem Autokursus teilnimmt, deswegen ist es ja auch so eine Brisanz für die Polizei, sollte sich immer dessen Bewusstsein erstellen, er stellt potenziell eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer da. Und deswegen beachten wir das auch immer mit Argus-Augen, es gibt ja auch Hochzeitskursi in dieser Stadt beispielsweise. Und da kann immer was passieren, da wird die Polizei versuchen, dagegen vorzugehen, je nachdem, wie man das eindämmen kann. Aber Sie können jetzt auch nicht jedem sagen, du darfst dich nicht mehr mit deinem Auto auf der Straße bewegen. Auf der anderen Seite muss man sagen, erst Fahrerflucht, jetzt hat er sich gestellt, der Unfallfahrer. Aber wie muss man das einordnen? Weil normalerweise tauchen die ja auch unter, aber dann letztendlich werden sie doch ermittelt. Also es waren Leihwagen. Man hätte eigentlich erkennen können, obwohl wir auch genug Fälle kennen, wo Leihwagen in irgendwelche schweren Unfälle verwickelt waren, wo die Fahrer dann nicht mehr aufgetaucht sind. Und wir haben ja auch einige Leihwagenfirmen hier in Berlin, wo man ja schon sagen muss, am Rande der Legalität arbeiten die. Aber wie wichtig ist es jetzt zumindest, dass er sich gestellt hat? Ja, Hitler, das sind erstmal wichtige Punkte. In erster Linie reden wir über rücksichtsloses Fahrverhalten. Auf der anderen Seite reden wir über einen hohen PS-Boliden, der hier als Waffe eingesetzt wird. Und gerade die Leihfirmen und gerade Mietwagenfirmen müssen sich auch die Frage stellen, ist diese Nacht auch in Tegeln Mietwagen gegen Baum gefahren, können wir wirklich, müssen wir nicht Maßnahmen schaffen, damit wir gerade so eine PS-Boliden auch nicht an Fahranfänger geben. Wir haben ja viele junge Leute, die damit posen, die das gern zeigen. Brauchen wir das wirklich oder müssen wir hier gesetzlich gegen vorgehen? Aber ganz, ganz wichtig ist auch, es sind laufende Ermittlungen. Es hat sich eine Person gestellt, ob es jetzt wirklich der Fahrer ist, das wissen wir doch noch gar nicht. Also lassen wir die Ermittlungen erstmal laufen, die Kollegen. Vielleicht war es auch einer, der dabei war, weil nach unserer Erkenntnis ist es auch so, dass die Person jetzt nicht unbedingt wusste, dass er da einen Menschen aus dem Leben befördert hat. Also vielleicht hat er sich einfach gestellt, um die Verantwortung zu übernehmen, weil vielleicht der Fahrer alkoholisiert war oder gar keinen Führerschein hatte. Das werden jetzt die Ermittlungen zeigen. Das ist erstmal gut, dass man Tatverdächtigen hat. Aber jetzt müssen die Kollegen erstmal weiterarbeiten. Und dann müssen wir irgendwann, weil es auch nicht der erste Fall ist, natürlich darüber reden, wie schnell kommt man eigentlich und wie unproblematisch kommt man eigentlich an Fahrzeuge, die mehrere hundert PS haben, die eine Gefahr für Menschen darstellen. Ich kann natürlich auch mit dem Opel Corsa einen Menschen töten, wenn ich zu schnell fahre und rücksichtslos. Aber wir haben das immer wieder, dass diese Fahrzeuge gerade zum Posen auch natürlich ausgeliehen werden. Und wir sehen, wie hochgefährlich das ist. Benjamin Nernro von der Gewerkschaft der Polizei. Ich danke Ihnen für Ihre Einordnung und ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.